Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines Rakis. Mega Projekt, wir bauen die Riesenstadt mit allem drum und dran. Herzlich willkommen zurück. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben letztes Mal einiges gemacht. Ja, wir haben da hinten dafür gesorgt, dass sie keinen Strom haben. Warum ist hier kein Strom? Warum ist hier kein Strom mehr? Dann muss ich da gleich mal schauen. Also ich habe mal so ein bisschen... Hä? Hä? Äh... Hä? Achso, ich verstehe. Das ist nämlich nur dieser eine Ventilator, der hier Strom erzeugt. Deswegen müssen wir jetzt hier dafür sorgen, dass hier so ein bisschen ausgeholfen wird. Das ist im Grunde ja nur dieser eine Bereich, der den Strom hier erzeugt hat. Und in dem Bereich war der dann natürlich eng. So, das haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben hier eine Agrarindustrie sozusagen gebaut. Und im Moment haben wir auch wieder Bedarf. Deswegen könnte man eigentlich schon wieder... Naja, man könnte schon wieder gleich loslegen hier. Und das mache ich dann auch. Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier ein kleines Stückchen verlängern. Weil ich hier hinten so eine Querstraße möchte. Und zwar so eine dicke. Warum? Weil, 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 weil. Das dafür sorgt, dass die dann da besser rumkommen. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Das ist ja praktisch von hier nach runter bauen. Warte, warte, so, so. So erstmal und dann... Jo, das sieht gut aus. So, und da können wir dann auch gleich so ein paar Geschäftchen setzen. Wohnen will hier keiner. Denke ich mir mal. So, aber hier. Industrie. Nicht wahr? Nicht wahr? So, Wasser. Ist wahrscheinlich auch wieder knapp, klar. Aber dafür haben wir ja hier unsere lustigen Jungs. Mit den Rohleitungen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Pass mal auf. Das muss so länger. Und das muss so. So, ich habe gerade... Solltet ihr übrigens mal machen, wenn ihr das auf und zu auch spielen solltet. Solltet ihr sowieso tun. Das ist schon sehr cool. So, man hat... Da stand irgendwas drin von der Straßenmeisterei oder sowas. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wo es die gibt. Ehrlich gesagt. Das ist gesagt. Das muss ich gucken. Biotreibstoffbusse, bla bla bla. Was haben wir denn da? Löschhubschrauber. Okay, das war das. Hier haben wir Gefängnis. Polizei, Hubschrauber. Boah, Überwachungsstaat. Das Überwachungs-Set. Überwachungs-Set. Was ist mal denn da? Tempelkomplex. Ach du lieber. Und das ist aber mehr aus... Äh, ja. Das ist auch schön. Da können wir Leute... Oh. Oh. Der kostet richtig Kohle. Aber, ähm, nee. Im Moment nicht. Danke. Kriegen wir denn die Straßen... Hier vielleicht? Nee. Wo kriege ich die denn? Straßenmeisterei. Weiß das eine? Mhm. Ich weiß es nicht. Doch eigentlich bei Straßen, ne? Vielleicht hier. Was denn? Monorail. Ja. Das kommt irgendwann auch. Äh, warte mal. Hier irgendwo? Nee, ne? Nö. Nö. Wo kriegen wir das denn? Oder kommt das erst noch? Kriegen wir das hier? Äh, ökologischer Abwasseraufwand. Aha, sehr schön. Mhm, mhm, mhm. Frachthafen. Ja, ja. Mhm. Hauptstadt. Einzigartige Gebäude. Nö. Wo kriegen wir das denn? Verdammter. Okay. Mal wieder zu kaufen? Nö. Kriegen wir das denn? Ähm. Ui, das ist auch schon fertig. Mein lieber Scholli. Hier, dass die immer anhalten, das ist auch dumm. Warte, warte, warte. Das muss ich jetzt mal sofort ändern hier irgendwie. Äh, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Äh. Bum, 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 bum. So, warte. Ich muss hier oben. Okay, klicken, glaube ich. So, und dann, wie konnte man das denn ändern? So, hier. Ufferstraße. Müssen die eigentlich durchfahren. Ja? Kann ich die Ampeln denn hier ausschalten? Oh, Ufferstraße. Ufferstraße. Mal gucken. Ja. Okay, funktioniert. Ähm. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte Straßenbärmeister, äh, Straßen. Hier vielleicht. Hier, warte. Da vielleicht. Busdepot. Das ist das. Warte, hier. Ähm. Schiff, ne. Weiß nicht, wo der ist. Das ist, ähm. Ähm. Straßenbahndepot, ne. Nö, 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 nö. Finde ich nicht. Nicht her doof, dass ich das nicht finde. Was ist das denn hier? Schwimmender Müllsammler. Achso, haben wir schon mal geguckt. Large Recycling Center. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Müll? Müll, Müll. Ah ja. Liegt gut, wie du lachst, ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen, ein bisschen blöd. Ähm. Dass ich das nicht finden kann. Sauna. Rettungsbad. So, und hier vielleicht. Arztpraxis. Das ist doch nicht beim... Nee. Das ist doch nicht hier. Hier ziehe ich das Labor. Ähm. Gibt's das denn? Polizei. Nee, da. Auch nicht. Ja, wenn ich das jetzt nicht finde, dann muss ich mal kurz unterbrachen. Dann werde ich jetzt unterbrachen. Und dann suche ich das mal eben. Für euch. Wenn ich das jetzt nicht finden sollte. Tropengarten. Nein. Das ist ja... Das ist furchtbar doof. Ja, das ist jetzt blöd. Ich finde das nicht. Ähm. Boah, hier ist ganz schön Verkehr, ne? Auf der Straße, ja. Straßenwahndepot, wo finde ich das? Okay, Leute, also ich muss das mal eben suchen. Wartet mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Und ich habe dasikal, ja, da ist ja... Also ich möchte das mal kurz in mir lenken. Ich konnte das mal ktoś beschreiben, Und ich bin so alt exceedswaterальные … rereoh.